1. A-Finale 2 WD Schauen wir mal, wie die Fahrer sich hier schlagen. Achtung, Achtung, Helfer. Wir starten innerhalb der nächsten 80 Runden. Start! Ja, vorne ist die weg. Aber dahinter wird es schon spannender. Benjamin Schumann auf 2, Elias auf 3 und Siebtrause auf 4. Alter, Steve hat sich da abgelegt. Schlüpfen 4 und 5 vorbei. Die geben sich. Da kippt keiner nach. Innen und Außen, Außen und Innen. Jetzt muss ich Steve wieder vorbeikämpfen, um wieder auf 4, glaube ich, vorzufahren. Mal sehen, ob er das schafft. Da, innen. Na, hier wird das immer spannender. Da hat ihn erwischt. Und der nächste geht durch und fliegt ab. So, mal gucken, Führung. Da ist ein Ziel dabei gefahren. Auch eins immer noch. Benjamin dahinter. Ja, ist hier ein superschneller Dreck. Superschneller Dreck hier. Benjamin. Benjamin. Der kriegst Feuer von Elias. Ich habe den. Ich muss wahrscheinlich trilimisch sagen. so tief hier so viel führt immer noch hatten guten vorsprung so ihr vorsprung schon wie sich kann man sagen ja nicht wundern bisschen aufbrot fehlt hier aber die kam nicht dazu den steifrufe noch mit reinzusetzen wer kommt noch da ist der elias weiße fahrzeug er dürfte auf platz drei sein hat er noch mal gut gerettet so viel für elias wenn jamin schumann zieht raus steffen schubert hannes luderer zum krebs ja endergebnis vom ersten a-finale oder haben wir hier das richtig gesagt sie zumindest so aus so viel müller führung dann hier wieder der zweikampf zwischen elias und steve krauser kleiner fehler von benjamin hier vorne so viel fehler das kostet wieder zeit so jetzt muss ich wieder nach vorne kämpfen jetzt auch fünf zurückgefallen nächster fehler helfer 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 hier die ersten teilen wenn ihr mit schuhen so die bleiben dran die alle beide ersten drei hier eng beieinander gut so der martin überrundet gleich von allen dreien das bleibt martin liegt auf dem dach alle drei kommen gut durch ja hier ist schon wieder dran hier mal sehen wie das hier ausgeht gleich jetzt kommt hier so viel ist auch schon dran die ersten drei hier elias vorbei nächster nächster mit steve kommt er aneinander und hier die ersten zwei weg kleiner vorsprung rausgefahren der elias in führung mittlerweile ganz sicher hier überrundet er auf zwei müsste so viel müller sein die ist da und hat einen riesen vorsprung vor dem nix passiert ja gewonnen hat hier der elias reißer der elias in führung ist schon eins gestartet helfer ja du wolltest du mit den helfer machen ja bekommt aber richtig druck hier lässt sich nicht abschülten wer zwei platziert aber selbst dritt und viel platziert sind noch dran hier versucht jemand auf eine andere art zu überholen und hier unsere jüngsten hier beim steuern muss man ja echt klein werden dass man hier nicht jemanden im weg ist ja ja ich weiß marina so ist noch eine minute da kommt so die letzten minuten stehen geblieben nein doch nicht so laufend beendet hier die papas nehmen sie die autos in empfang die papas nehmen sie die autos in empfang und die nächste gruppe kann starten und wir schauen an der ersten hat sie gründen schau 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 Jetzt werden wir mal aufhören, dass wir dann hier oben aufhören. So, wir sind auf den Wagen und die hohe Achsel. 2 Minuten, 2 Minuten. 2 Minuten, 2 Minuten. 2 Minuten, 2 Minuten. 2 Minuten, 3 Minuten. 1 Minuten. 1, der Lukas. 5 Minuten, eineامlicheuetung. 5 Minuten basedido 압ek. 3 Minuten, 2 Minuten. 3 Minuten. 5 Minuten, 4 Minuten starten. Rekonomie. 12 Minuten. 10 Minuten. Both Bl rabbouts and V actionable. 5 Minuten. 6 Minuten. 3 Minuten. ------------- Untertitelung des ZDF, 2020 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 unter den topf hier ja auch wenn es mehr klappt fahren ist um so enger ist es eigentlich zusammen also fehler darf man sich überhaupt nicht erlauben hier macht schon mächtig druck die liest auf dem stief die zwei geben sich aber überholen ist halt eine andere sache hier war schön zwei räder und die ist vorbei so vorne benjamin so viel raus habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet und hier fehler von benjamin und elias drückt sich in vorbei ja fehler von sophie die es vierter jetzt muss er ganz schön beweisen was er kann elias führt vor wenn er sich immer ein und dahinter kommt sie frau so 12 und hier kommt die so viel müller auf 4 ja die war ja tq mal sehen ob sie sich wieder vorkämpfen kann es wird zumindest spannend werden ob sie das noch schaffen erst noch was sie gewonnen jetzt muss aber erst mal ein stief dran und vorbei fehler elias dicker fehler dadurch hier benjamin schumann auf ein krassere sache führungswechsel fehler und hier so viel kämpft sich dran an steve krause da wird sie jetzt schaffen eng 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 ja nicht so richtig getroffen dort dort trifft die kurve besser aber ja ja dort besseren schwung aber ja im infield kommt sie nicht wirklich ran steve muss jetzt steve muss aber noch zwei minuten muss ich den druck stand halten das wird nicht eng werden sophie was ist da passiert zeit verloren dummes ding benjamin hier in führung jetzt hat er schon einen guten vorsprung auf den zweit und dritt platzierten so benny ganz sicher niemanden vor ihm und hier da ist sie beide kämpfen ja hart und sophie ist jetzt sofort wieder dran profitiert sie von der dem zweikampf vor ihnen hier alle drei das musste nicht sein hier eigentlich muss ich mir das glaube ich sie jetzt vorbeilassen und sophie ist vorbeigegangen er hätte eigentlich warten müssen so ein bisschen auf sie viel und so viel und da liegt einer auf dem dach kommt nicht vorbei wer ist das nichts passiert das ist unser kleiner aussie hier neben uns zu viel auf zwei elias auf drei und steve auf vier fehler steve meldet sich ab die letzte minute geht hier um platz zwei benjamin schon weg und jetzt die frage wer ist zwei wer wird zwei sophie oder ilias aber jetzt dreht vielleicht zu viel den spannenden Nein! Jetzt kriegt vielleicht zu viel den Spieß um. Ah, und Elia. So, schon wieder. Kampf geht weiter. Na, schafft er. Ah, schon zu Ende. So. Letztes A-Finale. 4 WD. Mäd vorne. Sophie Müller. Benjamin Schumann. Steve Krause. Elias Reise. Oh, da liegt jemand. Benjamin Schumann auf dem Dach. Elias Reise 3. Und lässt sich fast verzocken von Thorsten Toni de Wehr. Hier. Oh, schön, schön. Ja, war fair überholt, würde ich sagen. Eigentlich sagt man es. Wer innen ist es vorn, so war. Wer oben ist es vorn. Und schön abgelegt. Oh. Schön, 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 schön. Schön zurückgefallen. Ja. An der Spitze. Die Sophie Müller. Ta-da-ta-ta. Ja, dein da. Steve Krause. Und Elias Reise. Und Benjamin Schumann auf 4. Oh, da hat sich aber das Sieb abgelegt. Schade drum. Von Platz 2 auf 3. So. Sophie Müller. Jetzt vor Elias. Ja, Abstand schon riesig. Kann man schon sagen. Da hinten. Hier kommt der Elias. Wups. Ah, das ist nicht ganz geschafft. Komm raus. Oh, Sophie Fehler. Oh, jetzt geht Elias vorbei. Mann, Mann, Mann. Was für ein Ding bitte. Sophie ist nicht fehlerfrei heute. Alter. Und jetzt. Wieder ein packender Kampf hier. Im letzten A-Finale. Fiepe D. Schwupps. Schwupps. Ja, erleben wir im Finale. In jedem Finale auch gewinnt einen Antrag. Der Elias. Kann er sich jetzt absetzen? Gar nicht. Vielleicht kommt er weg. Nein, nur nicht. Da ist er. Ja, kommt ganz wenig mal weg von der Sophie. Ja, Sophie muss abreißen lassen. Und von hinten kommt Benni. Ja. Ja. Na, hast du dir die Haare nicht gewaschen? Weil die dich am Kopf kratzt? Alter. So, da. Nee, da kommt er nicht. Da kommt Benjamin auf drei. Ja. Überrundet jetzt hier. Da war vorbeigegangen. Stopp. Die Krause gerade raus. Mal was mit Sophie. Die hat es jetzt wohl auf drei zurückgespült. Jo. Hier. Da ist Sophie. Ganz weiter Vorsprung da. Von Elias. Hier hinten kommt erst Benjamin. Ach, Elias. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Ja, aber der Vorsprung immer noch. Riesig. Hier unten war er gerade. Und hier kommt der Benjamin. Noch eine Minute. Noch eine Minute zu fahren. Ja. Und hier auf Platz zwei. Käpt'n Sophie und Benjamin. Ah, Sophie. Wieder Fehler. Das war es dann wohl. Jetzt schauen wir mal aufs Endergebnis. Mal gucken hier. Da ist der Sieb auch frei. Und da ist der Elias, der wohl das Rennen hier jetzt gewinnen wird. Jetzt ist es dann zu Ende. Dann fährt keiner mehr? Nein. Peter? Kannst du dir gerne helfen? Achtung, fahren wir drüber. Wir starten am nächsten Sekunden. Start. Wir starten am nächsten Sekunden. Wir starten am nächsten Sekunden. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.